Wir haben jetzt eine Bauzeit von circa einem Jahr, als wir hier noch auf einer grünen Wiese standen und jetzt die letzten sechs Tage, da ist die Erwartungshaltung natürlich am Anfang groß, funktioniert jetzt auch alles, ist alles was wir jetzt dahingestellt haben, auch so wie wir uns das wünschen. Es sind ja Prototypen drin und da ist es so, da ist ja auch von der Firma Link so viel Unterstützung da, dass gerade die ersten Tage da nicht schieflaufen. Nach fünf Tagen der Inbetriebnahme muss ich wirklich sagen, ist es sehr zufriedenstellend, dass wir bereits 30 Prozent der Leistung als Schichtleistung verboten konnten. Das heißt, der heutige Tag mit 600 Festmetern in diesen besagten acht Stunden, muss man einfach sagen, ist bemerkenswert. Die Ausbeutesteigerung bei manchen Schnittbildern laut dem Kunden waren bis zu acht Prozent, und was eine beachtliche Leistung ist. Unser neuestes Produkt ist der SEL. Den haben wir hier in Betrieb genommen. Ein Seitenbrett-Separierer, der keine Limitierung hat von den Maßen. Wir können also Haupt- und Seitenware, egal wie klein, voneinander trennen. Das absolute Highlight ist, dass der SE, den es ja so in der Form noch nicht gibt, vom ersten Stamm weg funktioniert hat. Also war ich selber persönlich total begeistert davon. Wir stehen an der Linie, wir laufen dem Stamm hinterher und man sieht, es funktioniert alles, alles richtig gemacht. Die haben uns immer das Gefühl gegeben, wir bauen hier Link und wir bauen das für euch. Und wenn wir fertig sind, dann habt ihr was, mit dem könnt ihr jahrelang spielen. Also da muss ich sagen, die ganze Baustelle hat Spaß gemacht in dieser Zeit.